I'm an Albert Schaus. I, 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 I'm an Albert Schaus. Hier liegst du erst einmal sicher. Jetzt muss nur noch dein Verlobter auftauchen. Ach, dieser Cletus ist ein echter Glückspilz. Ich hoffe, er erhält sein Versprechen. So, und jetzt heißt es warten. Am besten suche ich nach einem Weg auf die Plattform oben auf der Spitze des Turms. Von da aus hätte ich den perfekten Überblick. Ja, da platzen mir doch die Pimpernellen, ey. Ah, war das ein Akt. Regal. Hey, da scheint was dahinter zu sein. Was zum Einstecker? Och, nö. Damit lässt sich der Geschmack der Zuckerwatte einstellen. Aha. Hm, scheint kaputt zu sein. Ich muss bestimmt erst dieses Hebelrätsel lösen. Ich weiß doch, wie das hier läuft. Ich will kein Hebelrätsel. Die Schalter verstellen die Lichter. Da drei. Und auf der anderen Seite eins. Hm. Aha. Eins aus, zwei an. Ich komme der Sache näher. Upsi. Ernsthaft. Drei und drei? Sechs, oder? Ich komme schon noch drauf. Es kann nicht sein, dass die Hebel gar nichts zu bedeuten haben. Es kann einfach nicht sein. Alter, du hast gerade einen Hebel Putte mal. Einmal den Fisch des Tages, bitte. Ich hätte vielleicht den Tag dazu sagen sollen. Alter. Aber wir haben einen, einen, einen. Kann man ja als Hebel benutzen. Stecker? Äh, okay. Irgendwie nicht. Ein Kaugummi. Aber sofort. Was? Hm. Ich will einen Kaugummi. Die Spracherkennung muss kaputt sein. Hm. Naja, ich habe mindestens ein Kaugummi. Diese Lampen haben irgendwas zu bedeuten. Ich weiß es einfach. Oh Mann. Ein Hebel wäre vielleicht toll. Der Stock passt in die Halterung. Aber solange die Fische nicht brennen, bringt mir das nichts. Aha, okay. Das Mosaik zeigt eine Gruppe von Schrottkrabben beim Paarungstanz mit Cocktails, bunten Strohhalmen und Schnörkeln. Oder auch nicht. Ohne Licht kann man kaum was erkennen. Ja. Geh mal zur Bahnhofs-Halle. Oh Mann. Kann ich da was reinlegen? Der gute Fisch, den überlasse ich doch nicht den Maden. Ha! Da kommen sie auch schon und jubeln. Nein, Moment mal. Sie winken absüß. Hm. Das einzige Licht hier hinten. Ich glaube, es gibt ein spezielles Werkzeug gegen Dreck. Zumindest meinte Toni mal irgend sowas in der Art. Haarstuhl. Haarstuhl. Aha. R, U, F. Das war's nicht. Das vielleicht. R, U. Ach, das hatte ich ja schon. Was könnte es denn sonst sein? Okay, da kommen wir nicht weiter. Aber wir haben was gegen Dreck. Das allein reicht nicht zum Wischen. Ich brauch auch noch, ähm, Dingens hier, ähm, Toni. Oder zumindest Wasser. Aha. Ich hab das Gefühl, dass wir hier noch gar nicht hin müssen. Gucken wir mal. Ich glaube, hier müssen wir echt noch gar nicht hin, Freunde. Ach ja. Das ist der Eingang zum Candy Shop. Als Dad mich verließ, habe ich hier eine Woche lang gewohnt. Oder war es eine Stunde? Die Zeit vergeht so langsam, wenn man überzuckert ist. Ja, ja, das stimmt. Cool. Stucki Puss. Wir haben ganz schön was durchgemacht, was? Ich wette, dein Verlobter ist nicht so ein Teufelskerl wie ich. Ach ja. Das hier gab's schon mal. Was, wenn ich Quersummen bilde? Hä? Das hier gab's schon mal. Es kann nicht sein, dass... Es kann einfach nicht sein. Das hier gab's schon mal. Das hier gab's schon mal. Es kann nicht sein, dass die Hebel gar nichts zu bedeuten haben. Es kann einfach nicht sein. Nicht wirklich, oder? Nein. So einfach kann es doch nicht sein. Entschuldigung. Einmal Zuckerwatte, bitte. Die Maschine hat wohl keine Ohren und keine Augen. Sonst wüsste sie, wer vor ihr steht. Ich glaube, man muss einen Stock hineinhalten. Hübschel. Maschine? Mach mir hier raus eine neue Geschmacksrichtung. Ich hasse Geräte, die nur machen, wofür sie gebaut wurden. Maschine? Ich hasse Geräte. Lust auf Fisch? Hey, die kommen doch von dir. Ich hab noch. Diese Lampen haben irgendwas zu bedeuten. Ich weiß es einfach. Mann. Kaugummi klebt nicht auf Fischen. Diese Erkenntnis hat... Wenn ich anfange, meinen Kram mit jedem Stammchen zu benutzen, dann komme ich nie nach Elysium. Diese Lampen haben irgendwas zu bedeuten. Ich weiß es einfach. Kann ich denn jetzt was verändern? Es kann nicht sein, dass die Hebel... Es kann einfach nicht... Jetzt steht er auf Kalzone. Okay, aber ich brauche einen Stock. Ach, da kann man einen runter haben. Zum Turm. Ach du Scheiße. Äh, Entschuldigung. Schande meine ich doch. Ich spare mir meine telekinetischen... Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Ich spare mir... Ich spare mir... Kann ich hier gar nichts machen. Ja, das wäre super krass. Aber solange niemand zuguckt, wäre es vergeudet. Kann ich den Fisch da reinhalten? Rein mit euch. Hm. Obwohl sie tot sind, halten sie sich am Stock fest. Seltsam. Hm. Nein, nicht! Du wirst den Reaktor treffen und es kommt zu einer nuklearen Zeitschleife. Wie kann ich das verhindern? Gar nicht. Einer von uns beiden muss sich opfern. Schnick, schnack, schnuck. Verdammt! Cool. Nein, nee. Du wicker. Schnick. Pfad. Okay. Cool. Ist das Säure oder Wasser? Nur Wasser. Aha, mit Wasser kann ich aber wischen gehen. Also komm schon mal weiter. Ach, Freunde. Schön ist es. Ich bin ein bisschen ruhiger, weil... äh, ich echt im Moment so ein bisschen gefordert bin. Ja, toll. Ich hab kein... Das einzige Licht hier hinten. Ich sollte vielleicht den Wischmob da reintunken, ne? Vielleicht hilft das. Das allein reicht nicht zum Wischen. Ich brauch auch noch, äh, Lust und Seife. Ach, ich hab doch Seife. Wasser muss nicht gewaschen werden. Sollte man zumindest meinen. Nein, ich will das Wasser mitnehmen. Soll denn das? Rein mit euch. Hm. Seltsam. Ah, ha, ha, ha. Reicht zum Kofferraum? Bestimmt nicht. Ich spare mir mal... Ich spare mir... Ich spare mir meine... Ich spare... Ich spare mir... Ich spare mir meine Telekine... Ich kann nichts davon mitnehmen. Euer Ernst? Leute! Kann ich schon mal das irgendwie da reinlegen? Bahnhofshalle... 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 Das Geschoss habe ich. Fehlt nur noch die Schusswaffe. Okay. Wer gern zu Haus mit Steinen wirft... Ich spare mir noch mal... Ich bin ein paar Regen... Ich spare mir mal das... Ich spare mir diese Gläufe... Ich spare mir mich... dûst... Ich spare mir mal... Versteh' mir... Vielen Dank.